Alles Gute zum Kindertag. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Hallo Kinder, heute ist euer Tag, der Kindertag. Heute feiern wir und die ganze Welt feiert mit, Partys, es gibt Süßigkeiten, die Eltern haben Überraschungen für euch gemacht und vieles mehr. Oder aber auch keine Geschenke, das kann sein. Dafür nehmen euch eure Eltern in den Arm, drücken euch. Kinder, ihr seid unser ganzer Stolz. Mit euch bleiben wir wirklich immer jung. Es gibt immer viele tolle Überraschungen mit euch. Ihr seid unsere Zukunft, wir wünschen euch nur das Beste, Glück, Gesundheit und vieles mehr. Wenn euch diese Worte zu langweilig waren, dann eben mal anders. Hey, ihr coolen Kingers, schillt ab, bleibt easy. Hört geile Mucke, labert über alle Influencer dieser Welt. Über Bibi, Cronk, Julian, Dagi Bee und die neuesten Insta-Einträge. Und macht euch meinetwegen am 1.6. eine mega geile Party zu eurem Kindertag. Ich wünsche euch was. Euer Renten-Influencer Peter Knöppel. Ich wünsche euch das, was ich wünsche euch.